Ist Aurok gefallen? Wie steht der Ruf der Schwarzfänge? Ah, wie da die achtenden Blicke der Horde zu spüren ist, wie das warme Blut eines Feindes zu trinken. Eure Siege haben uns endlich wieder den Respekt der Clans eingebracht. Aber es fehlt noch viel zu unserem alten Ruhm, den uns das Bulwark eingebracht hat.